Hallo, mein Name ist Erin und das ist Mimi. Wisst ihr, wie man sich im Zug benehmen sollte? Wollen Sie hier hinsetzen? Ja, gerne. Dankeschön. Bitte, meine Dame. Ah! Oh nein, was ist denn passiert? Ich bin runtergefallen. Warte, ich helfe dir beim Aufstehen. Könnten Sie bitte Ihre Kopfhörer runternehmen und auf das Kind aufpassen? Ja, sicher. Das war's mit unserem Lernfilm. Ich hoffe, ihr habt was da gelernt. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020